Ja, hallo zu diesem kurzen, späten Video durch oder aus sehr unschönem Anlass. Ihr seht es ja hier schon eingeblendet, die News kamen, glaube ich, vor drei Stunden, zweieinhalb, drei Stunden raus, dass Wintam Rotunda bzw. Bray Wyatt am Donnerstag ganz unerwartet verstorben ist. Es wurde schon oder hieß ja schon länger, dass er krank war, dass es auch eine Krankheit war, die Karriere oder auch lebensbedrohlich, also karrierebedrohlich oder auch lebensbedrohlich war oder ist. Jetzt hieß es dann vor kurzem, dass er wieder auf dem Weg der Besserung ist und dass ja auch im September, glaube ich, schon angedeutet werden sollte, dass er ein Comeback kommt. Und jetzt kommt die Nachricht hier und reißt einem so ein bisschen den Boden unter den Füßen weg. Und ich weiß auch nicht, warum ich dieses Video jetzt, warum das jetzt gerade so ein Bedürfnis ist, hier irgendwas zu sagen, weil eigentlich, ne, ich bin kein Newskanal. Ich bin kein, ähm, ich bin kein Typ eigentlich oder kein Kanal zumindest, der halt irgendwie irgendwelche Meinungsgeschichten oder so macht. Aber irgendwie hat mich das, was heißt irgendwie, es hat mich echt mitgenommen. So, von jetzt auf gleich heißt es halt, Ray Wyatt ist einfach nicht mehr bei uns. Und Ich weiß auch nicht, wie ich den Schwenk machen soll zu dem, was eigentlich da noch Thema ist. Ich wünsche erstmal der gesamten Familie Rotunda, allen Angehörigen von Bray, ähm, oder von Wintam, ähm, auf jeden Fall nur das Beste. Drückt die Daumen und, ähm, für den Fall, dass ich noch irgendwie eine Aktion finden sollte, ähm, dass man der Familie, ne, irgendwie Geld zukommen lassen könnte, dann werde ich es euch auch in die Videobeschreibung packen. Ähm, hab jetzt unter anderem bei Sean Ross Sapp gesehen, dass da einiges ankam und er meinte auch, er wird es, also von Fightful Select, und er wird es dann auch weiter, äh, weiterleiten an die Familie. Von daher, vielleicht wird auch irgendwas eingerichtet sein. Ich schaue mich auf jeden Fall nochmal um. Und falls ich da was finde, gerne, ne, packe ich es dann in die Videobeschreibung, oder wenn ihr was findet, gerne in die Kommentare. Jetzt ist, jetzt fühlt es sich natürlich trotzdem ein bisschen, ein bisschen schäbig an, dass ich, aber irgendwie noch meine, meine Thematik mitbringen muss, oder will, ähm, dass Bray Wyatt damit natürlich auch in, ähm, aktuell laufenden Videoprojekten nicht mehr auftauchen wird. Ich habe das ja schon seit Jahren gesagt, dass verstorbene Wrestler bei mir, ähm, aus Respekt einfach nicht mehr in den Ring gestellt werden. Und das bedeutet, Bray wird dann jetzt, ja, wird dann jetzt nochmal in einem Video auf jeden Fall, äh, vorkommen. Das ist jetzt leider schon fertig und alles. Ähm. Aber wir werden, oder ich werde mal irgendwie schauen, dass ich was auf die Beine stellen kann, um Bray nochmal Gebühren zu verabschieden. Das ist mir jetzt auch gerade wirklich komplett egal, wie die Beleuchtung ist, ob der Sound, ne, ob der Sound hier irgendwie komisch ist oder nicht. Ich, das geht jetzt einfach gleich so auf YouTube hoch und dann, irgendwie muss ich mir das gerade von der Seele reden. Also so alles, ne, also nicht unbedingt alles, was mir da durch den Kopf geht, weil, dann sitze ich wahrscheinlich morgen früh noch hier. Aber, ja, zumindest, ähm, eben diese Sachen. Auf dem Weg der Besserung vor zwei, drei Tagen kamen ja sogar noch irgendwie News-Videos, ähm, dass er sich schon wieder richtig gut vorbereitet. Jetzt selbst von, ich glaube, von Matt Hardy, ähm, hieß es ja auch, nur weil die ja noch in Kontakt sind, scheinbar, ähm, hieß es, dass alles super läuft, alles gut aussieht. Und, ja, jetzt sitzt selbst Matt Hardy da und ist halt komplett schockiert, weil das sowas von aus dem Nichts kommt. Ähm, ja, wir werden auf jeden Fall dann in den nächsten Wochen etwas erfahren. Ähm, vielleicht sogar, was das für eine Krankheit war. Ähm, aber jetzt gibt's, äh, für die Familie erstmal ein bisschen, ne, Ruhe und, ähm, die brauchen definitiv mehr Zeit, ähm, als die große Wrestling-Familie, sag ich mal. Triple H hatte es ja in seinem Tweet auch geschrieben, dass, ähm, dass man da wirklich die Privatsphäre der Familie wahren soll. Also keine Anfragenstürme oder so an, äh, an IRS, an Bo, an Jojo oder auch sonst wen, ähm, raushauen soll. Ja, und an der Stelle möchte ich dann einfach nur sagen, so. Einfach danke, Bray, für die, für die leider dann doch letzten zehn Jahre. Also wirklich so. Sei es der, keine Ahnung, sei es der Run mit der Wyatt Family, sei es Eater of Worlds, äh, das Tag Team mit Matt Hardy, ähm, der Fiend. Ich mein, in dieser Wohnung hängt nur ein einziges Poster und das ist der Fiend. So, ne, nur um da nochmal irgendwie, äh, dieser Mann steht definitiv in den Top 3 meiner, meiner All-Time Favorites. Und, äh, das war's, äh, das war's, äh. Oh Gott, ey. Ich wollte genau, dass das nicht passiert, aber gut. Also wirklich danke, Bray, für die zehn Jahre, die es dann jetzt dann doch waren. Mein Debüt war ja beim SummerSlam, also Main Event, äh, Main Event sag ich schon, äh, Main Roster zumindest, war ja SummerSlam 2013. Wenn ich mich nicht ganz irre gegen, ähm, gegen Kane, ne, das, ähm, Ring of Fire Match. Die NXT-Zeit habe ich nicht so richtig mitbekommen, muss ich ganz ehrlich zugeben. Weil NXT bei mir erst zwei, drei Jahre später wirklich auf dem, auf dem Radar war. Aber wirklich so von, von Sekunde eins an, als es ins Main Roster für Bray ging und die Wyatt Family dastand. Direkt dieses Gefühl von, das ist, das ist mein Typ, den möchte ich unterstützen. Und egal was die, ne, egal wie die Storys verlaufen sind, egal wie die Entscheidungen getroffen wurden, ... Also wirklich nochmal danke Bray und auch danke euch, weil ihr noch bis zum Ende dran geblieben seid. Und ja, ich weiß auch nicht, ob das ganze Video hier gerade überhaupt Sinn irgendwie ergibt, aber das musst du jetzt einfach mal, das musst du jetzt einfach mal raus. Das geht jetzt auch genauso ungeschnitten, einfach online und dann dann geht das Leben weiter. Und schreibt gerne mal irgendwie eure Lieblingsmomente in die Kommentare. So aus den letzten zehn Jahren oder wenn ihr noch NXT mitverfolgt habt, auch gerne aus den letzten elf, zwölf Jahren. Ja. Ciao.